Jo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ähm, jetzt geht's weiter mit... ...der Mission. Hallo? Ja, darüber springen geht nicht, ne? Wegen dem bisschen. So, da unten ist es gleich. Hopp, zack. Oh, nicht erschrecken, ich bin's nur. So. Äh, Bell, ach ja. Ach ja. Der Bell war das. Der das Telefon erfunden hat. Immer der Big Ben. Da hätten sie sich mal so ein bisschen Abwechslung ausdenken können. Ah, Jacob. Äh, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starrix neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, äh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an Ihre Armschienen an. Alec? Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Ja, ja. Beschlagnahmt? Dann werden wir es mal entschlagnahmen. Mensch, Evie Fry. Eigentlich ist doch Jacob der Lustige. Ja, okay, diese kennen wir ja auch schon. Muss ich aber halt ausrüsten. Ich nehme die direkt. Wahrscheinlich muss ich die jetzt auch einsetzen, ne? Ui, die hat mich fast gesehen. Ich habe mich ja auch gesehen, aber komm nicht hinterher. Die vermisste Crew aufspüren. Das ist meine Crew, Junge. Boah, wo geht's denn hier hin? Ach so, da... Irgendwo gibt's hier eine Werft, die es aussieht. Da haben sie die Boote doch reingelassen. Mit voll Karacho da runter. So, auf jeden Fall irgendwo da hinten. Beste Wahl ist immer von oben. Erstmal einen Überblick verschaffen. Ein Feuer. Noch sehe ich kein Feuer. Wollst du ein Feuer in Feindnähe schießen? Neunmal, das ist jetzt die Herausforderung. Ah, doch, jetzt sehe ich Feuer. Feuer. Bringt das was? Oder bin ich zu weit weg? Ich finde, das ist ein bisschen gewagt. Aber so sollte es gehen. Also direkt hier unten auf die Hütte drauf zu gehen. Da wäre ich sehr weit über denen gewesen. Oh, da sind auch noch Zweiecke. Oh, 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 oh. So. Alter, was hier los ist. Okay, dann wird das jetzt... Ich denke mal, hier oben bin ich... ...gut geschützt. ...vorerst. Oh. So, dann haben wir jetzt da hinten einmal Feuer. Wieso zeigt es mir das Feuer nicht an? Ach, doch, jetzt. Da ist eine Feuerstelle. Optimal wäre es natürlich... ...ich warte, bis da die vier zurück ist. ...wuii. So, das Problem, was ich jetzt habe... ...ich habe nur zwei. Cool, die kloppen sich schon mal. Oder erschießen sich auch. Ah, okay. Ich kann auch mehrere infizieren, praktisch. Da komme ich aber nicht dran. Weil man es von hier kaum sieht. So, dann nehme ich doch die drei vielleicht direkt, oder? Ja, es sind nur zwei. Egal. Jetzt muss ich halt schauen, wo hier ein Shop ist in der Nähe. Es ist nur die Frage, ob ich mich, ähm, verkrümmeln darf. Sozusagen. Ich probiere es einfach. Der wird es mir ja anzeigen. Und dann geht es eben wieder zurück. Wenn ich das nicht darf. Aber ich habe hier... Das ist mal eine Herausforderung, die sollte nicht ganz so schwer sein. Oh, nee. Das Sperrgebiet habe ich verlassen, ja. Hallo. Das ist voll arme hier über diese Teile, ne? Nee, das mache ich noch nicht. Oh, nein. Sollte mich nicht entdecken, da hinten. Achso, in der Kutsche war der. Ja, fahr weiter. Alles aufhören. Alles? Alter, wie teuer sind diese... Äh, hallo... Die Bolzen. Okay, ich hoffe mal... Das reicht. Und wieder hoch mit mir. Oh. Vier habe ich ja schon. Und ich habe noch drei. Sollte eigentlich gehen, oder? Heftig. Ganz schön teuer, die Teile. Mensch, Bell. Du hättest mal williger herstellen können. Bist doch nicht so ein Genie, ja. Jawohl, wieder zwei. Okay. So, und wo sind die Letzten? Ah, da unten, das. Aber das ist gefährlich. Oh, nicht umdrehen, bitte jetzt. Uuup. Wobei, im Prinzip, eigentlich geht's. Ne, da komme ich ja nicht dran, oder? Sei denn von hier. Ich warte mal, ob der sich bewegt. Die drei da, oder die vier. Ja, so richtig nicht, ne? Komme ich jetzt da dran. Na komm, alle rein da. Ist aber gefährlich, weil... Yo. Das hätten wir. Sehr schön. Die Kabel aus den Kisten plündern. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Verdammt. Schnell wieder hoch. Was war das denn? Wieso hat er losgelassen? Also, ich bin definitiv nicht auf Dingsbums gekommen auf. Äh, muss ich mal eben gucken. B. So. Guck mal. Blöden Dahn. Nein, nicht Huckepack nehmen. Schmeiß den weg. Na komm, hab dich nicht so. Du kannst doch alles, aber da brauchst du ewig. So, die nehme ich natürlich auch gleich mit hier. Butch. Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Ganz sicher? Dafür töten. Ha, ha, ha. Oh, Mann. Ich hoffe, die zeigt er mir rechtzeitig an. Ich weiß eben nicht, ob die dann die, äh, Kameraden töten da. Meine Crew. Hing er denn jetzt gerade da drauf? Ha, ha. Kann ich die nicht freilassen? Ne, ich muss erst die Kabel alle holen. So, dann nehme ich gleich die Kisten auch mit, wenn ich hier schon mal bin, ne? Komm schon. Bam. Oh. Und. Hep. Ah. So. Zack. Ich hab ja noch einen von diesen... Pfeilen, ne? Guck doch mal nach da. So. Und das lenkt die schön ab. Irgendwann hab ich hier noch ne Kiste vergessen. Äh. Ach, da vorne auf dem Steg. Kommt, kletter. So, wie weit seid ihr? Habt ihr euch endlich getötet? Tatsächlich, ey. Die bringen sich da noch extra selber um. Der Plünderer. Was sind das eigentlich für Kabel? Ich dachte, es geht hier um irgendeinen... Ach, ne. Das ist See rum. Ach, das sind irgendwelche Kabel von... Ja. Für die Fernleitung wahrscheinlich. Oh, da ist noch ein bisschen was los, ne? Ah, guck mal. Heißt, ich könnte theoretisch... Irgendwie schaffe ich hier hinten rum. Oh, das ist aber... Mit dem Feuer, hab ich doch gerade gesagt. Der ist auch laut noch dabei. Komm, ihr habt mich nie gesehen. Mal sehen, ob ich die jetzt... Schussbereit! Das war's für dich! Nein! Nein! Bin ich nicht. Hast du jetzt Angst? So, bleib mal schön da. Na? Mann, die Kamera, die ist so nah dran. Ja, ich bin weg, genau. Hast du nicht entkommen? Hey! Mach keine Bewegung! Hehe. Wenn ich mit dir fertig bin, wird sich deine Mutter nicht merken. Boah. Die Kamera, was ist mit dir los, ey? Ich seh doch nix. Mein Gott. Oh! Ey! Lass sie in Ruhe! Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt... Dass sie ausrasten, weil der da oben pali zu gehen ist. Ey, weißt du was? Genau! Haha. Komm, kipp um. Ja, der ist weg. Vor allem, da stehen die vor den Gefangenen und... ...und schnauzen. Ja, nö, 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 nö. Haha. Machen nichts, ey. Das hätte ja trotzdem... ...nicht lange gedauert, bis sie dann irgendwann losgelegt hätten. Auf die einzuklopfen oder so. Oh, wir müssen aufpassen hier. Da sind sie ja direkt. Ja, hier wollte ich eigentlich hoch. Das war das Problem gerade. Ich bin ganz schön laut, ne? Uh. Nein. Verdammt. Schon wieder so laut. Ich würde eigentlich das hier machen. Oh. Das war der falsche Pfeil. Los, gehen wir da rein. Ja, dann geht alle mal. Alle, besten alle. Komm. Oh, der letzte, den hat's nicht erwischt. Oh. So, jetzt gucken wir uns mal den Stierkampf da unten an. Wie die Bekloppten. Ui. Mal sehen, wer gewinnt. Die Verrückte oder die zwei Typen. Gut, jetzt hat er den mit umgelegt. Okay, einer hat's überlebt. Den hole ich mir jetzt. Mit einem Headshot. Geil, wie's den weggebeutelt hat. Bumm. Da kannst du machen, nix. Oh nein, da war noch ne Kiste. Es gibt Ärger an den Docks, Leute. Wir müssen die Leitung sofort zu Sterik bringen. Ja, du Schildkröten-Gesicht. Das heißt jetzt... Nein. Entfernung zum Ziel verringern. Das Frachtschiff, ich muss es erreichen. Wo komm ich denn da drüber? Ah, da vorne. Scheiße, jetzt hab ich Zeit verloren. Lauf, Jacob! Und? Ja. Ausgepasst! Wir haben einen Eindringling! Ich krieg dich! Komm schon! Oh! Boah, den konnte ich nicht sehen. Und? Kick den runter! Alter, die Kamera! Was ist da heute los? So kann ich doch nix machen. Cool, ich kann das abklemmen. Oh! Ist ja auch geil, dass du dann da drin stehen bleibst. Zu Bells Werkstatt zurückkehren, ja, komm. Hopp! Gif! Und dann bleibt er noch übelst lange da stehen. Und atme das schön tief ein. Lauf! Oh, schwieriges Gebiet. Da sollte er nicht grad langlaufen. Kutsche entführen. Kutsche entführen. Oh. Da war die Polizei, oder was? Ich bin weg. Schneller. Schneller als ihr. Was wollt ihr eigentlich? Viel zu schnell, als ob du ein, äh, ähm, Radarmessgerät hättest. Ein Blitzer. Das wär's noch. Boah. Langer Bremsweg, auf jeden Fall. Haha. So. Ach so, und auch ein Stück mehr. Vorsichtig, Mr. Bar. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das ihre. Doch, sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ähm, ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Genau. Ähm. Ja, nur 600. Oh, das hab ich nicht bewertet. Egal. Jedenfalls geschafft, ne? Und, ähm. Joa, Fähigkeiten könnten wir dann demnächst auch mal wieder machen. Und 13 verfügbare Fähigkeiten, das schauen wir uns dann irgendwann mal an. Jetzt nicht mehr. Hier danke ich erstmal fürs Einschalten bewerten, bitte nicht vergessen. Und, haut da rein, bis dahin. Tschüss. Wenn der fertig ist, bis dahin. LOA. 3 забr � söh dist кто ist. Bis dahin ist eslag. Ich weiß never mal deine BRO. Und dann wird es das so anfgepresa. ัbe hin resist. Und dann wird es接下來 am BRO. Und, um ihr ein damit mehr, dass das so sei, was. Und dann immer Loch Des는, betr� anить hin. Also getont.